Halleluja, Gott segne euch, behüte euch, alle Ehre gebührt unseren Herrn Jesus Christus. Wir wollen unseren Herrn loben, preisen, ihm die Ehre geben. Vielleicht hast du eine Zeit, wo du gar nicht mehr betest und du sehr, sehr weit weg bist von unseren Herrn und du denkst, du bist weg von ihm. Heute kann ich dir was sagen. Jesus wartet nur auf dich. Er ist nie weggegangen. Vielleicht hast du dich entfernt, aber Jesus entfernt sich nie. Er ist immer da. Er liebt dich so, wie du bist. Ich habe Heimweh in dieser eiskalten Welt. Ich habe Heimweh nach dir, mein Herr. Was wäre, wenn du heute wiederkehren willst? Ich wäre bereit, um mit dir zu gehen. Ich habe Heimweh nach dir, mein Herr, mein Gott. Gott, ich habe Heimweh nach dir, Jesus. Gott, ich habe Heimweh nach dir, mein Gott. Gott, ich habe Heimweh nach dir, mein Gott. Gott, ich habe Heimweh nach dir, mein Gott. Ich habe Heimweh nach dir, mein Gott. Gott, ich habe Heimweh nach. Ich habe Heimweh nach, mein Gott. Ich habe Heimweh nach. Vater, ich komm, fang nochmal von vorne an Ich fall in den Strom deiner Gnade, ich weiss, du nimmst mich an Vater, ich komm, fang nochmal von vorne an Ich fall in den Strom deiner Gnade, ich weiss, du nimmst mich an Vater, ich komm, fang nochmal von vorne an Ich fall in den Strom deiner Gnade, ich weiss, du nimmst mich an 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 Amen